2. Januar 2019, 7.40 Uhr. Am 1. Januar morgens haben wir wieder eine kleine Explosion unten am Schornstein gehabt. Es war sogar die Servicetechniker da. Obwohl gestern Feiertag war, guckt euch das hier unten an. Wir haben hier trotzdem den Piss. Wieder Brandgeruch. Ist das nicht toll? Ich weiß gar nicht, ob die Jungs gestern da waren. Das ist doch der Hit oder was? Aber hier geht die Sonne auf, wie immer, wie jedes Mal. Ändert sich nicht richtig schön. Na, Brandgeruch hier. Das ist der Hit. Können wir euch das angucken. Das ist doch wieder genial oder was? Ich weiß auch nicht. Das ist doch der Hit. Ja, hört einfach nicht auf. Es ist so. So. So.